Hi! Das Sprichwort der Woche ist Jemanden auf den Zahn fühlen. Jemanden auf den Zahn fühlen. To feel someone's teeth. Alright, that's a little bit weird. Jemanden auf den Zahn fühlen bedeutet sowas wie das Wissen oder die Fähigkeiten einer Person zu überprüfen oder die Meinung einer Person zu einem bestimmten Thema herausfinden. Okay, so that was a bit of a difficult sentence. Das bedeutet sowas wie das Wissen, the knowledge und die Fähigkeiten, the skills, einer Person zu überprüfen. To check someone's knowledge or someone's skills. Or, oder die Meinung, the opinion, die Meinung einer Person zu einem bestimmten Thema herausfinden. To find out the opinion of a person. So you kind of, like, you question them. Wir würden auch sagen, oft wird das mit dem Stellen von unangenehmen Fragen verbunden. Unangenehm ist unpleasant, I would say. Okay, so you know, when you kind of ask someone, like, you really want to find out what they know, what their skills are, what their opinion is about a certain topic, than you would say, jemanden auf den Zahn fühlen. Also, ich möchte, I don't know, Tim auf den Zahn fühlen, was er zu diesem Thema denkt. Yeah, I want to figure out what Tim thinks about that topic, but I really want to figure it out. Jemanden auf den Zahn fühlen. Okay, und das Thema der heutigen Podcast-Episode ist 10 deutsche Slang-Wörter, die ihr wissen solltet. 10 German Slang-Words that you should know. Nummer 1 ist Doll. Ich sage, glaube ich, zumindest Doll relativ häufig und dann fragt mich meine Partnerin, was genau bedeutet denn Doll? Und dann ist es irgendwie gar nicht so einfach, das zu erklären, was Doll bedeutet. Hier ist mein Versuch. Das bedeutet vielleicht sowas wie ungewöhnlich oder unglaublich. Also, das ist ja eine dolle Sache. That's an unbelievable thing. Du könntest auch sagen, das ist ja ein dolles Ding. Das hört sich vielleicht so ein bisschen sarkastisch an, wenn man das so sagt. But that would mean, like, that's an unbelievable thing. Maybe sarkastisch, maybe not. Depends on the situation. Es kann positiv oder negativ verwendet werden. Zum Beispiel, das ist ein doller Lärm. That's like an unbelievable noise. Der Lärm, the noise. Und in Norddeutschland, also wo ich wohne, Berlin, verwenden wir es als stark oder sehr. Also zum Beispiel, ich trete ganz doll gegen den Ball. I kick very, very, I don't know how to translate that, against the ball. Ich trete ganz doll gegen den Ball. I kick very strongly against the ball. Also doll mit einem D, nicht mit einem T. Ach so, und natürlich ist das kostenlose Skript in den Shownotes. Free Skript in the Shownotes. Nummer zwei, Kohle. Kohle, damit meine ich nicht den fossilen Brennstoff, sondern das Geld. Ich habe keine Kohle, bedeutet, ich habe kein Geld. Kohle ist also Geld. Andere Alternativen wären vielleicht Kies. Also man könnte Kies sagen für Geld, Knete, Kröten, Moneten oder Moos. Und dann gibt es bestimmt noch andere, die ich, keine Ahnung, nicht kenne. Aber Kohle ist eins, das, würde ich sagen, relativ häufig verwendet wird. Also wie viel Kohle hast du? Wie viel Geld hast du? Das ist eine sehr umgangssprachliche Variante, das zu sagen. I wanted to make my French learning process more fun, so I decided to improve my French whilst watching something. And I came across Lingopie, a video-on-demand service specifically designed for learning language. So with their service, I can practice my French and even improve my listening comprehension and all that simply by watching TV. They have different movies and TV shows from every genre from around the world in eight different languages. So obviously also German. Each genre has movies with local content from drama to crime, comedy, documentaries and even kids shows. So I can watch a show, then click on the words for translations and adjust the playback speed if I need to slow things down. The words I click on are automatically added to a list of words that I can revisit. After finishing watching, I can check out the list of words that I highlighted and practice with kind of like flashcards and word games. It's kind of like every language learner's dream. Plus, what's better than learning a language while watching TV? If you use the link in the show notes, you support my podcast and you get an awesome 55% discount to use Lingopie. That's all you need to know. So, Nummer drei, krass. Krass bedeutet sowas wie extrem oder besonders. Und ich glaube, man kann das negativ verwenden, aber ich würde das wahrscheinlich, das ist ja krass, also that's crazy, that's extreme, eher positiv verwenden. Aber das kann auch so mit Erstaunen oder mit Entsetzen verwendet werden, also auch negativ. Also, eine krasse Situation ist eine extreme Situation oder meine Reise war voll krass. My travel, my journey, my, you know, my holiday travel was, I don't know, was extreme, was extremely good. War voll krass. Don't let me get started on the word voll, I have no idea how to. It's something like very, so very extreme. Meine Reise war voll krass. Nummer vier ist das Wort locker. Locker, locker, also normalerweise verwenden wir dieses Wort, wenn irgendetwas nicht fest sitzt. Also zum Beispiel, mein Zahn ist locker. That means my tooth is, you know, not fixed. It's like, I don't know, it's moving around. Oder es kann als nicht straff verwendet werden. Also, ich lasse meine Hand locker. I leave my hand relaxed. Aber umgangssprachlich ist das anders. Hier sagen wir, bleib mal locker. Bleib entspannt. Like, chill out, relax. Bleib locker. Oder bleib mal locker. Bleib entspannt. Man könnte vielleicht auch noch sagen, ein lockeres Mundwerk, also der oder die hat ja ein lockeres Mundwerk. Dann würden wir sagen, this person like speaks without any inhibitions. Also auf Deutsch würde man vielleicht sagen, die Person spricht ohne Hemmungen. Locker kann echt viele Bedeutungen haben. Die am häufigsten verwendete Variante ist wahrscheinlich entspannt bleiben. Nummer 5, Sau. Also, Sau bedeutet normalerweise Pick oder irgendein Schwein oder irgendwie sowas. Aber wenn du es als, ich weiß nicht, als Präfix verwendest, dann dient es einfach nur zur emotionalen Verstärkung. Also wenn du sagst, Sau kalt, dann ist es immer noch kalt. Aber dann ist es besonders kalt. Oder Sau schlecht. Das ist besonders schlecht. Like, extremely bad. Not just bad, Sau schlecht. Oder Sau frech. Like, very cheeky. Not just cheeky, frech, but very cheeky. Du kannst es aber auch positiv verwenden. Also nicht nur negativ, sondern die Sau, das Schwein, kann hier auch positiv eingesetzt werden. Sau gut. Like, very good. Oder Sau komisch, very funny. Oder Sau krass, also was wir vorhin hatten, krass. Also das Wort Sau kann quasi jeden Zustand haben. Ihr braucht nur das Wort Sau davor setzen. Dann haben wir Nummer 6, Hammer. Also der Hammer ist ja eigentlich ein Werkzeug. It's usually a tool, right? The Hammer. However, umgangssprachlich wird es als etwas besonders Gutes oder Schlechtes verwendet. Also das ist ja der Hammer, bedeutet so etwas wie that is unbelievable, that is like awesome. Also zum Beispiel, du bekommst ein richtig cooles Geschenk, ein Hammer-Geschenk, dann könntest du sagen, das ist ja der Hammer. Manchmal sagen wir auch einfach nur Hammer. Boah, Hammer. Keine Ahnung, du spielst Bowling mit deinen Freunden und die Person hat einen unglaublich guten Strike hingelegt und dann sagst du, oh Hammer, was für ein guter Strike. Nummer 7 ist Bock und hier besonders im Zusammenhang mit dem Verb haben, also Bock haben. Bock haben bedeutet so etwas wie Lust haben, etwas zu tun. Ich habe voll Bock auf ein kühles Getränk. I'm desiring a cool drink. Something like that. Oder hast du Bock ins Kino zu gehen? Like do you desire, do you want to go to the cinema? Hast du Bock ins Kino zu gehen? Das ist etwas, was wir wirklich häufig sagen. Zumindest ich. Keine Ahnung, ob das bei den anderen auch so ist. Nummer 8 ist Mist. Also der Mist ist ja eigentlich Stroh und Dung von Tieren vermischt. Aber im Deutschen kannst du es auch für eine unangenehme Situation verwenden. Wie Mist, das hat nicht geklappt. Dammit, that didn't work. Also sowas wie damn oder man könnte vielleicht auch sagen scheiße. Anstatt scheiße könntest du Mist sagen. Wenn irgendetwas, keine Ahnung, nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Nummer 9 ist dann scheißegal. Also wenn etwas ganz und gar gleichgültig ist. Also it doesn't matter. When something is completely, it doesn't matter if left or right, you can just say scheißegal. Mir ist das scheißegal, ob du diesen Podcast gut findest oder nicht. Okay, sorry, das nehme ich wieder zurück. Das ist mir echt wichtig, dass du diesen Podcast gut findest. Aber das wäre ein Beispiel. Und dann Nummer 10 ist kurz, aber sehr hilfreich. Und das ist, was geht. Was geht ist WhatsApp. Also wenn du dich mit Freunden triffst, jetzt bitte nicht zum Chef gehen und wieder sagen, Hey, was geht. Tom vom Podcast hat mir gesagt, ich kann was geht sagen. Bitte nicht zum Chef sagen oder zu Kunden oder irgendwie so. Aber zu deutschen Freunden kannst du einfach sagen, hey, was geht. Also wie geht es dir? WhatsApp. Cool. Das waren die 10 Slangwörter, die ihr wirklich wissen solltet. Ich wiederhole sie nochmal kurz für euch. Wir hatten Doll, Kohle, Krass, Locker, Sau, also Sauheiß, Saukalt, Sau Schlecht, Hammer, Bock, Mist, Scheißegal und was geht. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie mit deinen Freunden per E-Mail oder per Instagram, wo auch immer. Übrigens, ich habe ein kostenloses E-Book in den Shownotes, in dem erkläre ich einige der wichtigsten Grammatikthemen der deutschen Sprache. Vielleicht ist das ja hilfreich für euch. So I also have a free E-Book in the Shownotes, in which I explain some of the most fundamental grammar topics of the German language. Maybe it's helpful for you. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.